Booyah Leute, das nenne ich den Purple Splash. Viele von euch sind auf Instagram ein bisschen durchgedreht und wollten den Look dazu sehen und den kriegt ihr jetzt. Ich habe leider versäumt, den Ton aufzunehmen, weil ich ein neues Mikro habe, aber naja, egal, auf mein Gequatsch, darauf könnt ihr ja verzichten. Es ist sehr selbsterklärend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Natürlich habe ich vergessen, den Kleber abzunehmen, aber okay, don't mind. Okay. Und jetzt kommt Fixing Spray. I love it. Aber meiner ist leider alle. Ein wenig Highlighter, auch aufs Näschen und dann auch Lipgloss und Bada Boom. Das ist der Look. Ihr habt gesehen, es ist super super simpel. Lass uns doch ein bisschen schnacken. Lass mir deine Gedanken dazu da. Willst du mehr Looks dazu sehen, dann schreib es auch gerne in die Kommentarbox. Und falls du noch nicht gesehen hast, hier sind ein paar Videos und abonnieren kannst du auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.